Nicht der fette Ja ich habe eben 3 kills gemacht ne Ja und fett bist du trotzdem Du bist auch fett Nein Spaß du bist nicht fett Komm nimm dir 2 Stühle und setz dich zu uns Der ist zu alt Alter der ist zu alt, der ist älter als ich und ich bin schon alt Wie alt bist du denn denn wenn man die erste ist Morgen bin ich 19 Hä echt morgen? Alles gut morgen? Ach vor allemal du Stück Scheiße APA ist die doch von meinem Tisch Oh Leute könnt ihr jetzt mal auch jemand beleidigen Ja entschadenen Tisch Tischtable Achja Bitches ich habe ja auch hier das Eisenschwert gefunden Auf der Map ne Loll Pilot Ich bin Detektiv gib mir das Schwert Ok ich gibs dir Nein das Eisenschwert will ich haben Gib mir das Eisenschwert Gib mir das Eisenschwert Jetzt hört auf Ich bin schon wieder auf einem Herz Ja wirklich nur das Sechs Leben oder so keine Ahnung Komm wir gehen alle schwimmen Ich komm sogar mit Komm mach mir die Ente Ich hab mir die Ente Halbes Herz Leute ich geh wieder meine Delfinposition ein Halbes das musst du ja noch nicht gerecht will sie mir also sagen Was gehst du deine Delfinbrisse trinken? Du hast ja kein Halbes jetzt Position ein du Nein das ist nicht für Fette Meins Das ist gar nichts Warum bin ich eigentlich immer Detective man? Halbes Weil du immer blau bist Hast du wirklich ein halbes Herz? Und auch rundum Ja ich hab ein halbes Gebetten abbauen anderen Clan Gute Sendinger Gute Daddy spielen Ich hab ein halbes Herz Hör auf mich zu anrangen Ich hab ein halbes Herz Hör auf damit ich hab ein halbes Herz Hä das geht gar nicht Wie los? Jetzt hab ich wirklich ein halbes Komm Ich hab wirklich Ich hab wirklich Du bist eine halbes Schlampe Es hört um Ey wahrscheinlich ist das Ich hab echt ein halbes Wirklich Hä wieso hättest du uns dann? Ja Ja weil ich mich schon schlag Ja Auch Ja Ja Jetzt hör auf Okay ich schlag alles Ich werf alles weg Hier meine Pfeile Ich hab ein Steinschwert Ich werf meine Gusto weg Geht nicht Geht ihr immer noch Ich hab ein halbes Herz Alex auch Alex ist nach drei Herzen Ich hab ein Eisenschwert Gib Jetzt hab ich ein halbes Drück Kuh Drück Kuh Lass mich Wenn er mich jetzt schlägt Dann ist er Du lügst die ganze Zeit Okay drück Kuh Dafür sollten wir dich töten jetzt Okay komm mit Nein ich möchte aber nur Ich möchte nur mit dir alleine reden Ich möchte mit Nick alleine sein Verstehst du das? Nicht ein romischer Hase Ich komm mit Raus Wir wollen jetzt hier Okay ne 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 Leute Leute Alle raus Komm Nick Ich zeig dir meinen echten Hasen Aber lass mich in Ruhe Guck mal guck dir siehst du die Sonnen Siehst du die Sonnen Siehst du die Sonnen Boah alter wie lang die sind Ja Du hast mich einmal aufgehängt Danke Steck die Ohren ganz tief in Was macht jeder? Ich komm schon mit dir Ich komm schon mit dir Ein Zauberer Ein Zauberer Ein Zauberer Ein Zauberer Ein Zauberer Der war schön lassen Der war super War voll stolz Ich bin voll stolz auf dich Boah Leute könnt ihr mal aufhören euch zu schlagen Ich bin da hinten Na hier die drei hier Toastpilot ist es safe Boeimer ist Traitor Er hat mich die ganze Zeit töten wollen mit meinem letzten Hit Ja stimmt Hallo Boi ich bin Toastpilot Wo ist Weimar Wo ist Weimar Wo ist Weimar Wo ist Weimar Nick Nein ich hätte sonst Alex Wo ist Alex Nein Ich sag Toastpilot Wer von euch hat Alex getötet Wer hat Alex getötet Nein, Alex lebt doch noch. Wo ist der denn? Ich bin verstecken. Na, hallo Alex. Hi. Da wollte sich jemand verstecken. Oh mein Gott. Biritendisches, hey ho. Oh Leute, alle Detekte, wir fick' euch alle. Jesse. Ich vertraue dir, okay? Okay, Jesse ist Traitor. Warum sollt' ich? Bist du behindert? Ja, du hast die Detekte fast tot. Herr Pech? Herr Wollmer, das ist doch sicher. Warum schritten wir den nicht? Er war Traitor, er war wirklich Traitor. Ich hab Wollmer getötet, aber er war Traitor. Ich wusste es. Und Toastpilot ist auch, sag ich. Ähm, 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 ähm. Steuerhinterziehung, Politik-Affäre. Komm, Dreier. Komm mal rein. Das ist mir jetzt okay. Komm, ich bin nicht, ich bin nicht. Okay, komm. Warte, 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 warte. Er war wirklich Inno, wow. Mann, wer hat denn ihr denn auf halbem Herzen so geschaut? Oh. Oh, zwei Innocent sind raus. Und, äh, jetzt sind nur noch drei Traitor, zwei Innocent und ein Detektiv. Also, ich kann meinerseits sagen, dass ich Innocent bin. Ich auch. Ich kann nicht schwimmen, lass das. Ich auch. Ja, ja. Hallo, Torix ist es sowieso. Loll, ich hab sie gezogen. Loll. Loll. Trinke. Loll. Du kannst nicht schwimmen. Lass mich. Ich bin jetzt auf dem Boot und wer hier raufkommt, stirbt. Kannst nicht schwimmen. Oh, zack, Alex, der ist cool. Der Rest stirbt. Ne, du stirbst. Hallo. Hey. Niemals. Lass mich immer noch mit dem Schiff. Na, mein süß. Ne, danke. Obelix. Obelix ist, glaub ich. Okay. Ich hab irgendwie Traitor getötet. Sag mal. Obelix ist safe. Obelix ist safe. Oh, sie war ein Traitor. Ich wusste das. Geht weg. Obelix. Aua. Nein, Obelix. Komm mal rein da. Oh. Oh mein Gott. Ein Herz, ein Herz, ein Herz. Ah, ich hab, ich war, ich war der beste Detektiv der Welt. Was? War doch klar, als die mich gefütet hat. Wieso schreib ich eigentlich jeden Tag? Nein, was nicht. Ich hab sie. Ich hab sie, was ich war. Ich bin Happy Trippy. Äh, weil irgendjemand geschrien hat. Woll mal. Und dann war diese Stimme weg. Ja, das war Nickel. Ich hab niemanden getötet. Achso, egal. Warte, was war Nickel? Egal, er hat sich trotzdem gelohnt. Ich hab gefakt, dass ich mich getötet hab. Ah, äh, echt? Ja, der letzte Nunde. Ah, Bräumann dann was. Lass'n Like da, wenn der gefallert hat. Alter, gib mir den Bogen. Ihr Bogen. Ne. Ich hau deine Zähne bis zur Türkei runter. Also, hier sind zwei Klisten. Oh, da kommt das Eisenschwert runter. Wieder nur. Alter. Okay, gut. So, also ich bin inner Traitor. Und ich bin inner Traitor. Ich bin inner Traitor. Ich bin, äh, die Traitor. Komm, Papi. Ich bin inner Traitor. Beides. Ich bin inner Traitor. Ich bin inner Traitor. Oh, das hab ich jetzt Traitor gewesen, ja. Alex? Ja? Hast du ihn grad mit'n Schwert geschlagen? Ich hab ihn mit der Hand geschlagen, du Dumme. Werde ich doch dumme? Er beleidigt. Nur Schwert, er beleidigt. Ich hab doch geklopft, Mann. Jaaaa! Du sollst klopfen. Guck, Obelix macht's richtig. Ich will nicht klopfen. Du guckst viel zu gruselig, Mann. Jesse, hör auf mich zu hauen. Raus aus meinem Haus. Jesse haut mich die ganze Zeit. Raus aus meinem Haus. Jesse haut mich. Leute, Jesse haut mich. Klopf, klopf, klopf. Er wird von einem Meter geschehen. Hör auf. Ich bin fast tot. Ich bin unentscheidend. Ich bin wirklich fast tot. Hör rein. Ich mach Hilfe. Einer von euch ist Traitor. Wir müssen traitern und die töten mich. Jesse, hör auf. Hör auf, um nicht die Leute zu hauen. Jesse. Einer von uns hier drin ist Traitor. Hör auf. Jesse. Nein, nein. Auf die Seite. Auf die hier. Ich bin alle illustrieren. Ich bin nicht. Die denkt, ich brauche die Illustration. Wenn du noch einmal einen schlägst, schau mal. Einer von uns ist Traitor. Oh, nein. Sie haben fast nicht getötet. Nein. Oh. 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 Warum war ich denn so laut? Aber kann ich bitte nicht getötet haben? Der hat mich fast getötet. Aber du musst ein bisschen laut werden. Aua. Er war Traitor. Bäh. Jetzt spielst du 2 gegen mich umgeschlagen, Mädchen. Loll, Sticky Tendo ist tot. Loll. Ich bin Türsteher. Äh. Schießt rein und sagt, ich bin Türsteher. Hallo. Äh. Woll mal. Nur geladene Gäste. Gehen sie wieder raus. Okay. Also Woll mal vertraue ich dem Rest nicht. Man klopft ab. Ich hab Alex getötet. Erfolg. Fabi, du das rein. Fabi, du das rein. Einer von uns hier ist Traitor, Fabi. Und hier ist Traitor, Fabi. Ach lol. Ne. Ich geh jetzt hier raus. Ganz ehrlich. Erstmal paar Innocence töten. Guck mal. Er ist Traitor. Er ist schon mal PNT. Traitor. Hundertpro. Sag für eine Bombenstimmung. Ja, ich hab Alex von Vivian grad da hinten. Komm mal zu Obelix. Das ist richtig Bombenstimmung. Loll. 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 Vollmer hat mich angeschossen. Vollmer. Herr Dog. Herr Dog. Der Vollmer ist nicht. Ich schwöre Seriax ist böse. Der ist richtig böse. Du bist trotzdem böse. Aus Prinzipien. Alter. Den kann man doch töten einfach so. Loll. Loll. Lolle stecken ja ineinander. Ich glaub das gleich. Warte kurz. Die beiden hier, die haben sich intime Dinge gemacht. Betrugsaffäre hier. Na! Ne, warte. Wie heißt der? Okay, warte. Wer ist jetzt? Wer war gerade? Der Typ im Haus ist. Ich glaub Seriax ist. Wo ist die Gestor... Was? Seriax? Oblex auch. Krass ne Lüge. Au! 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 Nein! Habe ein! Au ne! Au ne! Vollmer! Nickel mach ihn fertig! Ich geh... Für... Für dich und mich? Ja! Ich bin gleich tot! Wie du bist bald tot! Hä? Du hast zwei Herzen! Ja! Wo bist du denn? Im Haus, aber da ist Oberlegsen. Der ist wirklich richtig zu befein! Ach das bist du! Ja! Ich hab auch viele Herzen! Ich glaub ich... Ich bin full! Hä? Bist du... Nein du kannst nicht Traitor sein. Geh auf ihn! Ich versuch's ja! Als ob der jetzt echt stinkt! Für mich kann halt kein Aim! Geh Betten abbauen! Ganz ehrlich! Bad Wars Playa! Ich glaub hier sind drei Leichen! Hey Doc! Hey Doc! Hey Doc! Oh Gott ich bin zu tot! Ja! Alter was? Was? Halix! Halix du bist so... Ich war Halix! Aber ich wollte dich halt wirklich nicht töten! Ich hab jetzt nicht gelassen dass du da nicht stürmst! Ja Alex! Ja genau deswegen schlägst du mich mit nem Schwert! Ja das war auch nicht geplant! Boah Leute! Ja genau! Ich wollte... Ich wollte die eigentlich nur weghauen! Entweder du bist richtig schlecht oder einfach dumm! Ich wollte... Ich wollte... Das erste! Mann! Ich wollte sie echt nicht hauen! Ja warte mal! Was bist du eigentlich für ein dreckiger Scheißhuchen? So ein random... Das... Das muss ich jetzt erstmal rauspiepsen hier also... Also... Was hast du jetzt alles gesagt? Liebe Leute von GOMHD.net bitte baut in TTT ein Feuerzeug ein! Nee! Nein! Das macht ihr niemals wenn ihr das macht! Ey! Und bitte keine Angel! Doch doch doch! Bei Feuerzeugen! Jona Alter! Das ist voll aus! Ey! Stell dir mal vor hier gäbe es Supes Alter! Da wird sogar Felsen und Basti Gea geht das spielen! Aha! Ich hab hier... Aua! Ich hab hier... Aua! Das Schwert hat mich jemand geschlagen! Alter! Aua! Aber ich hätte... Du hättest mich töten können! Du hättest mich töten können! Okay, ich vertraue dir! Du hättest mich töten können! Ich test jetzt gleich mal! Okay! Lass... Wir sind Freunde oder nicht? Wir sind Freunde! Ja, Papsi... Papsi ist halt... Papsi ist halt ehrlich! Hey! Nein! Er hat grad Serken runtergehauen! Nein! Nein! Ich bin unten! Alter! Aua! Er dachte er wär ein Pinot! Ich bin unten unten im Gang! Warte! Leute! Obelix! Alles klar! Hi! Okay, Obelix und Papsi! Tut mir leid, Nick! Obelix und Papsi! Ich bin's nicht! Ich bin unten im Gang gewesen! Ich hab nur Leute getötet, aber... Ich bin's nicht! Wir haben einen Traitor getötet! Ja, klar! Ich geh sogar hier... Warte! Wo ist's Nick? Papsi! Ja, ich bin's nicht! Oh, Jessie! Sag doch, ich bin's! Okay! Ich bin's tot! Nicht so gut! Kein Problem! Ohne Witz! Na, die... Nice! Mann! Nö, wir... Wieso? Das war... Ich hab mir Creeper-Pfeile gekauft und hatte keine! Hm? Also, ich hatte keine Pfeile! Ich hatte nur einen Bogen! Weißt du... Oh mein Gott! Lol! 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 Ich bin jetzt allein! Hä? Ist's Tobi denn? Ja! Hä? Hä? Wer ist denn das jetzt? Keine Ahnung! Das ist Tobi! Ja und der andere? Das ist Skydancer! Das ist der TS-Techniker! Ich spiel jetzt allein! Das ist okay! Ja, nein! Das sind zwei Leute bei mir! Achso! Ja, ja! Das kann auch! Hä? Ich spiel jetzt ne Runde Gomme-Lobby! Hä? Bist du ne Lobby? Ja! Ich spiel jetzt ne Runde Gomme-Lobby! Ist halt schlecht von dir, ne? Ja, total! Kein Problem! Okay! Lass sie mal alle töten! So! Dafür sind wir jetzt auch mit Tobi und so ne Runde! Weil ich die mit dem Bogen schlage! Ja! Okay, okay! Obelinks! Warum schießt du mich an? Weil du in meinen Pfeil reinläufst! Ja! Klar! Wer hat mich da gerade geschlagen? Ich! 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 Wollnachten verbringen! Ja! Ich! Ey! Nickel! Hau mich! Das ist aber nicht Weihnachten! Na! Das ist aber schuld jetzt! Ja! Okay, Jessie! Ich halte die Bar! Okay, Jessie! Jetzt wirklich! Das kann ich Ihnen anbeten! Vor allem Wollmann, du darfst nicht reden, wenn du tot bist! Warum bist du hier wieder aufgefallen? Ja! Weil ich Jessie getötet habe und Jessie ein Träter. Warum hast du Jessie getötet? Weil Jessie ein Träter war! Hab sie? Ja. Komm, ich mach den Vertrauenstest. Ich geh jetzt hier an die Kante. Oha. Und du kannst dich töten. Du bist wirklich... Das klingt nach nem Plan, weil immer. Wow, ey. Okay, Kappa, warum sagst du denn, nachdem du tot bist? Ja, weil das doch der Schock war. Schock ausgeht. Das ist echt der Schock. Loll, ich hab den Nick Jens-Uwe Franke. Ich hab Seven Delta. Jens-Uwe Franke bin ich, Leute. Super. Ich bin Jens-Uwe Franke. Hallo Jens-Uwe Franke. Hallo Alex, magst du mich näher kennenlernen? Nein. Ich bin Jens-Uwe Franke. Nein. Ich hasse dich jetzt schon. Alex, magst du mich näher kennenlernen? Ich bin jetzt zu befangen. Ich weiß nicht, was mir mehr Angst macht. Die Stimme oder der Name? Ja. Jetzt kwein es nicht so, gell? Ich bin ja schon ziemlich gruselig. Grrrr. Weg. Ich bin wie eine Baumgartner. Wir können uns das teilen. Nein. Nein, ich hab das für mich veransprochen. Das hab ich... Wir können auch... Leute, ich glaub es hat... Ich bin die Tech-Siff, Leute. Meine Diktatur beginnt, Leute. Alter. Der neue Hitler. Ja? Alter, was? Auf die Knie. Auf die Knie. Hey girl! Wer hat mich denn abgeschossen? Hast du mich abgeschossen? Du hast gar nichts gemacht. Können wir aufhören? Junge Mann! Was wollen wir? Danke. Hey Alex? Ey. Ey. Lass du! Lass du! Ich wollte nur hier hoch. Ich wollte mich verschrecken. Tofadero! Nein! Ich kann keine Kisten mehr öffnen. Jesse ist es. Niemal! Hä? Jesse ist hinter euch. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ey! Boah, Alter. Okay, dann stresst du mich so rum, Alter. Ey, stresst die Leute hier rum, oder was? Bin verwirrt. Guck mal. Vollkommen. Ah, jetzt. Jesse ist doch, oder? Alex! Boah, die ist ja voll, das ist super. Der schießt auf mich. Ich werde gerne weg ist und auf mich irgendwie... Warum schießt du von da oben? Ist die Frage. Ich mach... Ich komm runter, ich komm runter. Papsi bist du Trailer. Aber Jesse ist. Jesse bist du Trailer? Oder? Ich hab ein halbes Herz. Nein. Komm runter. Lass mich hier rum. Ja, dann komm. Ja, äh... Ey, Papsi, komm mal, Papsi, wo bist du? Hier oben. Ich weiß nicht, ob der noch lebt, aber er hat irgendwo hier hinten lebt. Ja, aber komm, komm doch hierher. Er hat doch eine Hailstage hier aufgebaut. Wie komm ich runter? Ich spiel allein. Er hat doch eine Hailstage aufgebaut. Ich weiß nicht, wie komm ich zu dir hoch? Okay, die zwei Mädchen sind Trailer. Ey, warte. Ah, hier. Ich spiel allein. Ich spiel allein. Ich spiel allein. Ah, okay, Alex. Spiel allein. Du Trailer, Alex. Du bist ein Trailer. Du bist ein richtiger Trailer. Weißt du das eigentlich? Das ist eigentlich schön. Easy! Okay, die zwei Mädchen. Was war das denn? Vor allem... Vor allem, ich bin da noch... Die Trailer sind noch vertrauen, dass ich das Eisenschwert hatte. War okay für dich, oder? Ja, war okay. Oh Mann. Und ich hab mir auch gedacht, wenn ich jetzt Trailer bin und ehrlich, ich hau ihn um. Aber da hatten wir die Situation ja recht schnell geklärt. War ja okay. Waffen sind keine Lösung. Hä, sag wann das denn? Ich bin dafür, dass... Außer bei Jessie. Außer bei dir. Weil du easy bist. Eins gegen eins. Ja, hatten wir doch gerade alles verloren. Hä? Eins gegen eins? Es waren drei Leute. Nein. Ich meinte die Runde, wo ich erst Alex geholt hab und dann dich. Und da war ich low und du warst... Ja, ja, ja. Das sag ich alles meinem Anwalt. Entschuldigung, äh, Herr Seri... Wer hat da gerade gehauen? Hi. Wer haut sich da um? Jessie! Runter halt, warte mal! Hör auf jetzt! Warum haut ihr euch? Hey Jessie, hör auf! Wir brauchen einen Streitschlichter! Wir brauchen einen Streitschlichter! Wir brauchen richtig Aggressionen! Nein, geh weg! Hör auf damit! Wenn du mich jetzt angreifst, dann bist du! Team? Ja, Jessie, dann hör auf damit! Team mit Hand zu schlagen! Ey, sie machen das auch nicht! Ich schlafe da an! So viel ich will! Ich glaube, du bist! Geh weg jetzt! Ey, jetzt hast du mich schon... Warum? Hey, Leute! Was passiert? Leute, Hilfe! Rettet den fetten Belgier! Den fetten Belgier! Ich weiß nicht, wer es war, aber ich hasse dich! Lass uns! Jetzt hör auf! Ich hab da hinten eine Leiche gesehen! Ich hab da hinten eine Leiche gesehen! Ich hab da hinten eine Leiche gesehen! Ich hab sie nicht getötet! Oh ja, das ist Toastpilot! Das war echt! Entschuldigung! Ja, warte mal! Hast du bei mir auch gesagt, hast du mich einfach randomly getötet! Alex, hat dich, Jessie, mit Wert geschlagen oder nur mit der Hand? Mit der Hand! Ich befrühe mich jedesmal low! Warte mal! Oben links lag und dann rechts noch offen! Warum? Aua! Jessie! Jessie will jeden hier low machen und tut dann so, als ob sie unschuldig wäre! Äh, wenn jetzt alle hochgehen, dann haben die die Werte... Ja, egal! Ich wohne da jetzt so! Pabzi! 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 Pabzi ist! Habts gesehen! Ja, er denkt, wir werden auch! Hätte ihn nicht angegriffen! Wir werden muss sein! Ist okay, wenn du mich hasst! Das ist okay, Mann! Das ist auch fair! Ah, warte mal! Zubelecht! Ich dachte, das ist Pabzi! Die war, die war! Sie war Traitor, sie war Traitor! Dann nehmen wir schon Pabzi! Okay! Warte! Du bist wirklich innocent! Hab Pabzi! Hab Pabzi! Wollen wir es auch selbst? Ja, äh... Ah! Der Obelix! Obelix auch noch? Mäh! 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 Mach schon Trostglück die ganze Runde auf! Bro! Bra! Hey, Olex! Hey, na? Au! Warum keine Creeper-File, hm? Komm! Badwoss-Clan gegen Badwoss-Clan! Wir sind höher im... Obwohl! Ich weiß gar nicht! Keine Ahnung! Wer ist das? Ich weiß nicht! Wir sind, glaube ich, Platz 5! Wir sind, glaube ich, Platz 1! Oder so! Nein, Platz 1 ist OG! Oh, dann sind wir Platz 3! Keine Ahnung! Er ist runtergesprungen! Das ist ne Lüge! Really? Really, nigga! Da muss ja einer von euch sein! Hä? Ist er tot? Nein! Er ist da unten! Er ist ins Wasser gesprungen! So! Nice! Ich wusste, wer das Taxi ist! Ich wusste aber das Taxi ist! Nein! Ich weiß nicht! Ich wusste aber, wer das Taxi ist! Ich wusste aber, wer das Taxi ist! Ich wusste aber, wer das Taxi ist! Vielen Dank.